Ich frag mich bis heute, was die Bestrafung dabei sein soll, wenn man die ganze Schulstunde vor dem Klassenzimmer warten muss. Ohne Mist, wir hatten einen Lehrer, wenn wir da 5 Minuten zu spät zum Unterricht kamen, sagte er Du darfst jetzt die ganze Schulstunde vor dem Klassenzimmer verbringen. Ich als chronischer Zuspätkommer hatte nach einer Zeit natürlich immer mein Nintendo DS dabei, um mir in der Stunde halt die Zeit zu vertreiben. Meine Bestrafung war also, eine ganze Stunde Nintendo DS zocken zu können. Nice! Ich hab by the way wieder ein richtiges Video hochgeladen. Geht doch einfach auf meinen Kanal und schaut mal im Discord. Danke!